Wir freuen uns mal grundsätzlich über den Sieg. Ich denke, wir haben heute ein sehr diszipliniertes Spiel gezeigt. Wir wissen, dass Pyramids eine gute Mannschaft hat, dass die gut spielen können. Wir wissen, dass die Pyramids eine sehr gute Mannschaft hat. Und es ist uns sicher entgegengekommen, dass wir 1 zu 0 mit einem herrlichen Schuss von Solaya in Führung gehen konnten. Natürlich konnten wir uns für die Natsache, dass wir eine sehr gute Mannschaft von Solaya in Führung gehen konnten. So konnten wir eher ein bisschen defensiver spielen und sie anrennen lassen. Und wir haben dann in der zweiten Halbzeit noch bewusster verteidigt, noch enger gestanden und so dann den ein oder anderen Konter ausführen können. Und wir haben uns in der zweiten Halbzeit auch zu erinnern. Wir konnten viel mehr in der zweiten Halbzeit, wir konnten viel mehr in der zweiten Halbzeit auch mehr in der zweiten Halbzeit. Wir konnten uns die ganze Zeit nicht mehr aufnehmen, aber wir konnten uns nicht mehr in der ersten Halbzeit aufnehmen. Und wir konnten uns in der zweiten Halbzeit auch aufsetzen. Ich denke, das ist wichtig auch für die Spieler zu wissen, dass wir auf der einen Seite noch vorne spielen können, aber dass wir auch bewusst und in der Gruppe gut verteidigen können. Das war ein wichtiges Gesicht gegen eine ganz schwierige Mannschaft, wie Sie gesagt haben. Nachdem sie dann ein Tor geschossen hatten, haben sie einen Ball gelassen für Primitz. Und Ali hat gelitten in der ersten Halbzeit, dass er dann rausgeht aus seiner Hälfte und Konter spielen kann. Und dann haben wir dann einen Wechsel gesehen in der Halbzeit. Und sie machen das regelmäßig nicht. Der Scherif für Sherry. Und dann hat man gesehen, dass Ali sah viel besser aus in der offensiven Teil. Und hat dann viel mehr vorne gezeigt. Hat das gezeigt, wie wichtig ein Stürmer für Ali ist und dass die Bewegung von einem Stürmer wichtig ist für eine große Mannschaft wie Ali. Ja, auf der einen Seite war Scherdy angeschlagen. Also darum haben wir den Wechsel gemacht. Und Scherif hat das dann noch gut gemacht. Weil wir haben die zwei Innenverteidiger stehen lassen, haben dann den Siebener, den Sechser eigentlich gut abgedeckt. Und das hat Scherif gut gemacht. Hat defensiv da gut zugestellt. dass Scherif im Weg nicht so gut liegen lassen kann. Es ist auch, dass die Blüten ins Ziel bist für die Eierpfeim. Und in dieser Stelle schon mal gut und dass ich die Bescheid verzaufe. Oder ich bin so gut. Denn einer Abwechheit wurde das Gleiche von Scherif aus. Und in der Situation ist, dass Scherif auch alle Verhalten. Und ich holee mich damit, wie ich wollte, gerade so auf der obed arguably. Weil es hilft, dass ich sehr gut bei der Auslösung im Handelsdrücken. Das war ein Abwechwerf. Das war ein Abwechwerf. Aber ich habe das Scherif erfüllen. Und wenn er die Auslösung beim Scherif fell, das war die Auslösung durch den Scherif. Und in der nächsten Zeit, der Schrieff war, in der Verstärkung war, Die erste Frage ist, willst du dann in der nächsten Zeit die Startelf befestigen, das heißt dann keine Rotation mehr machen und ein bisschen mit dieser Startelf bleiben und dann mit der Rotation aufhören, weil wir haben schon gesehen in letzter Zeit, dass sie so viel Wechsel in der Mannschaft machen und sie haben jetzt nicht so viel Wechsel gemacht, haben sie gemerkt, dass es besser ist für die Mannschaft. Die zweite Frage ist über die Kairo-Stadion, denken sie, sie wollen hier dann länger bleiben? Sie haben letztes Mal schon gesagt, dass sie besser hier Fußball spielen können und es ist so, dass sie hier immer bleiben wollen. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie hier immer bleiben wollen. Ich habe die Fragen wiederholt, weil einige Fans haben beschwert, dass sie die Fragen nicht hören können. Okay, gut, Startelf, also heute haben wir nicht viele Wechsel gehabt, zwei haben wir gemacht und es ist natürlich auch die Intensität der Spiele. Wir haben jetzt mit Karim vielleicht auch nochmals einen Verletzten und das ist dann auch nicht optimal. Und wenn immer die gleichen, viel Spiele und so intensive Spiele haben, dann ist halt einfach auch die Gefahr, dass man müde wird, dass man dann auch Verletzungsgefahr grösser wird. Und so kann ich jetzt noch nicht sagen, ob wir wieder mit den gleichen beginnen werden oder ob ich da noch zwei, drei Auswechselungen machen will. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist der beste Platz in ganz Ägypten. Wir waren noch nicht in allen Stadien, aber ich glaube, das ist ein hervorragender Platz. Und wenn das möglich ist, oder wenn das der Vorstand möglich macht, dass das geht, klar, ich als Trainer suche immer das Beste, versuche das Optimale auch für die Spieler zu bekommen. Und das ist sicher hier ein Platz, den wir alle gerne mögen zum Spielen. Ich glaube, das ist ein Platz für die Mauer. Ich glaube, das ist ein Platz für die Mauer. Aber ich glaube, das ist ein Platz für die Mauer. Und ich hoffe, dass ich das ein Platz für die Mauer. Ich hoffe, dass ich alle Mauer wiederum bin. Und ich hoffe, dass sie sich helfen lassen. Vielen Dank. Sie haben dann Pyramids besiegt, Sie haben dann Pyramids besiegt, die schwierigsten Spiele haben Sie wirklich gut besiegt, und Sie haben dann nicht nur einen fachen Sieg, sondern auch einen grossen Sieg, gibt das dann Vertrauen an die Mannschaft, dass Sie weiterarbeiten, mit Ihren Ideen weiterentwickeln? Ja, absolut, Siege sind das Wichtigste, wenn man gewinnt, dann weiss man, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass das nicht so schlecht ist, was man erzählt, und die Spiele hören zu, wollen sich weiterentwickeln, setzen es um, und wenn wir dann eben so einen Sieg herstellen können, dann ist das für das Gesamte extrem wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.